Der junge Prinz sitzt in seinem Harem, umgeben von wunderschönen jungen Mädchen, keine älter als zwanzig. Alle sind sie nackt und knien vor ihm und präsentieren ihm ihre wunderschönen Hinterbacken. Halten sie auseinander und sagen sie, o erhabener Prinz, Gautama, dies sind unsere Hinterbacken, unsere Reize, unser After, unsere Scheide. Erfreue dich, ergötze dich, schlürfe uns. Hm, sagt der Buddha, wo soll ich da beginnen, sagt der junge Mann. Und er hatte bereits ein leichtes Unbefriedigtsein mit den Freuden der Sinne, zumal er zuvor in der Stadt war und einen Leichnam gesehen hat. Und eine alte Frau, die gebückt ging, und einen alten Mann, der dahin kroch und er fragte seinen Bodyguard, seinen Leibwächter. Der junge Prinz fragte ihn, sag mal, werde ich auch einmal so sein? Ja, sagte mein Herr, auch du wirst einmal so alt sein. Und die Maden, sagte Buddha, werden auch durch meine Schädeldecke krachen, auch die Maden werden durch deine Schädeldecke krachen, o erhabener Prinz. Aber vergeude doch nicht die Zeit mit solchen Gedanken. Dein Harem wartet, auserlesene Töchter aus höchstem Hause, splitternackt mit vollen Brüsten, bereit gesaugt zu werden und mit offenen Schenkeln dich zu empfangen und dein Glied zu genießen, welches groß und kraftvoll in sie dringen wird. Und, ja, sagt der Buddha, und, nun ja, sagt der Bodyguard, erhabener, sagt der Buddha, das ist ja das Problem. Nach der Ejakulation überkommt mich eine Traurigkeit, die ich empfinde als Einsamkeit auch. Ich weiß nicht, irgendwie möchte ich die Wiederholung des Genusses, andererseits führt er mich ja zu dieser Situation. Da sagt sein Leibwächter, o Erhabener, das ist wohl die Lektion, die du lernen musst. Wie meinst du das, sagt der Buddha, und der Leibwächter sprach nicht weiter, denn er, eigentlich war er ein von Deva Gesandter. Aber man muss jedem auch die eigene Lektion lernen lassen. Und so betrat der erhabene Prinz sein Harem. Und wie gesagt, als ich begann mit diesem Bericht, da war er dann in diesem Harem und diese wunderschönen Mädchen aus den besten Häusern, alle mindestens Prinzessinnen, keine darunter, um Gottes Willen. Denn sein Vater wollte vom Buddha, dass der junge Gautama nur die schönsten, besten Wesen in seiner Gesellschaft hatte und nicht mit Alter und Verfall und sowas zu tun hatte. Nun knieten sie vor ihm, sie entledigten ihn seiner Kleider, bis er nackt vor ihnen stand, aber noch mit hängendem Gliede. Man muss es einmal so sagen, denn die Erinnerung an die verfaulte, kriechende alte Frau, die da durch die Stadt zog, es war ihm ja verboten, sowas zu sehen. John, sein Bodyguard, hatte ihn aber es gezeigt. So, jetzt sieht er diese jungen, wunderschönen Mädchen mit praller Haut, schönen Brüsten, schönen Hinterbacken, und schöner als je eine Jennifer Lopez es sein könnte. Dagegen wäre diese Frau eine ausgelutschte Krücke, wie der Bodhgachana sagen würde. So müsst ihr euch das vorstellen. Umgeben von Göttinnen der Lust war der erhabene Gotthammer. Und sie sagte ihm, du bist so traurig, mein Prinz, was ist denn? Komm in unsere Arme, sauge an unseren Brüsten. Sieh doch mal, da ist Jamila. Wer ist Jamila? Nun, das ist eine Prinzessin, 18 Jahre alt, aus großem Hause. Ihr Vater ist König von Iridanien. Da ist sie. Und sie wurde dir als Geschenk bereitet. Wir könnten dir eine Orgie bereiten zur Erfreuung deiner Sinne, damit, wie soll man sagen, deine Traurigkeit vergeht. Wir könnten uns mit ihr zusammentun im Liebesspiel. Und sie beglücken, während du zuschaust und dann vielleicht als Höhepunkt der Sache in sie eindringst und deinen Samen in sie entlässt. Da sagt der Butter, ja, das ist doch gerade das Problem. Sagt der junge Mann, wenn ich meinen Samen entlasse, bin ich traurig und ich erkenne die Illusion, meine Augen öffnen sich. Ich schaue in die gespreizte Scheide, da fließt er wieder hinaus und ich sage, wo bin ich denn hier? Bin ich einer Illusion zum Opfer gefallen? Es ist unbefriedigend. Die größte Lust hat ein Manko. Da sagt die Lieblingsfrau des Harems. Eigentlich dürfte sie gar nicht dort sein. Sie ist bereits 21. Na gut. Aber erhabener, sagt sie. Was für ein Manko. Es ist vergänglich, schreit der junge Mann. Denn die Lust, die ich mit euch empfinde, würde ich ewig halten. Nun gut, sagt dann die Lieblingsfrau. Komm, wir erwecken dein Glied wieder zu neuem Leben. Wir werden es saugen. Wir werden es streicheln. Es wird wieder sich errichten. Nein, sagt der Butter, aber jetzt ist es doch da, wo es ist. Und ich empfinde das auf und ab. Und ich empfinde es als unbefriedigend. Ich empfinde gerade, sagt er, die Lust, die ihr mir gegeben habt, als Ursprung und Ursache des Leides, das ich erst empfinde. Was sagt ihr dazu? Antwortet mir. Gebt mir einen Grund, dass ich mich wieder körperlich mit euch vereine, dass ich eure Scheiden schlürfe, euren After, eure Brüste sauge. Warum? Da war ein tiefes Schweigen in dem Harem. Man schaute sich Verlege an. Man wusste nicht genau, was soll man sagen. Natürlich waren diese jungen, wunderbaren, gebildeten, hervorragenden Göttinnen, die dort lagerten, auf weichen Kissen mit gespreizten Schenkeln, sich selbst schon streichelnd, um dem Butter ein bisschen zu erregen, aber sein Glied hing immer noch schlaff hinunter. Und sie wussten nicht, wie können wir den Prinzen erfreuen. Vielleicht, sagte die Oberharamsdame, möchtest du dich an meinen vollen Brüsten ergötzen, sie ein wenig saugen, während Jamila, diese Prinzessin, dein Glied saugt. Und du dann wieder, sagen wir mal, wenn einige unserer schönsten Mädchen tanzen und dir ihre prallen, öppigen Hinterbacken zeigen, vielleicht könnte dann wieder durch die Ersteifung des Gliedes... Aber es ist doch so, meine Lieben. Seht mal, da war einer, der hatte alles. Ein 16-jähriger junger Mann, in dem aber schon der Gott erwacht war und der sich schon bewusst war, der Vergänglichkeit und des Leidvollen, alles Weltlichen, Kot, wurde ihm bald bewusst, das kotige Sinnenwohl, das nur unklare, trübe Gedanken bringt, der Traurigkeit. Gerade dann, wenn die Lust im Abflachen ist, wenn der Samen verspritzt ist und der Körper eine Traurigkeit empfindet. Warum? Sein Guru hat es ihm erklärt, weil du dich vom Geist abgeschnitten hast, mit deinen Orgien, o Erhabener Buddha. Da kam die Haremsdame eine andere Überlegung, wie wäre es, wenn wir alle uns in einer großen Massenorgie gegenseitig befriedigen, vielleicht noch in Anwesenheit einiger Nubier mit riesigen Gliedern. Und während diese Nubier mit riesigen Gliedern in unsere After einfahren, könntest du, Erhabener Buddha, masturbieren, während du die Brüste, meine vollen Brüste, saugst. Trauriger Erhabener Prinz, sieh meine Tränen, würde die Keuschheit dich zum Lachen, zur Freude bringen. Glaube mir, ich wäre Keusch. Ich würde allem enttagen. Wirklich? fragt der Erhabene. Würdest du das tun, die du schon so oft deine Schenkel mir gespreizt hast, in die ich schon so oft meinen Samen vergossen habe, meine Heiligkeit, die mich von Gott trennt? Ja, Erhabener, sagt sie, denn ich liebe dich. Ich würde mit dir in die Wildnis, in die Keuschheit ziehen und würde nie mehr dein Glied berühren. Ich würde nie mehr dich anstacheln, zu Lüsten, zu Fleischlichen. Sag das Wort und ich folge dir in die Keuschheit und die Wildnis und kein unkeuscher Gedanke soll mich je wieder erfassen. Erhabene Butter und Tränen liefen über ihr Gesicht. Sieh, ich verhülle meine Brüste, ich verhülle meine Scheide, du sollst sie nicht sehen, ich jage alle Haremsfrauen hinaus. Wenn du in Keuschheit leben willst, oh, du Seele meiner Seele, oh, du Geist meines Geistes, oh, du mein Gott. Da sagt der Butter, der junge Mann, nein, lass sie hier, lass sie nur hier. Ich will in ihre gespreizten Scheiden sehen. Ich will sehen, wie es herausläuft, was die Nubier hineingepumpt haben. Ich will das Leid sehen, auf dass ich auf ewig davon losgelöst werde, denn es ist unbefriedigend. Aber Erhabener Prinz, was ist denn daran unbefriedigend? Du hast es mir bereits gesagt, das Vergängliche. Ja, sagt der Erhabene. Und außerdem die Lust, die man genießt. Man will immer mehr und mehr und mehr davon. Und je mehr man will, umso mehr Energie entzieht es einem, umso tierischer fühlt man sich, wie ein Affe, der einem anderen Affen beiwohnt, wie ein Löwe, der seine Paarungszeit nicht kennt und ständig rammeln will. Ich will kein Sklave dieser Triebe mehr sein. Da fällt sie nieder vor seine Knie, vor seine Beine, vor seine Füße, schlägt sie ihm ab und sagt, Erhabener, lass uns von hier in die Keuschheit gehen. Und da sagt der große Buddha, »Du, ich danke dir für alles, aber wenn du in meiner Nähe wärst, könnte ich nie keusch werden. Ich könnte nie Erlösung erlangen, denn ich würde nach einiger Weile deine Brüste, deine Scheide sehen, deine Schenkel, deine öppigen Schenkel.« Sagt sie, »Soll ich mich entstellen, Erhabener? Soll ich mir das Gesicht zerschneiden? Komm, »Ja, okay, ja, bring mir das Messer!« Und eine Sklavin bringt ihr das Messer und sie will sich gerade ins Gesicht schneiden. Da reißt es ihr der Buddha hinweg. »Tu es nicht!« »Tu es nicht«, sagt er. »Du tust es umsonst, denn selbst wenn du kein Gesicht mehr hättest, keine Brüste, keine Scheide, es würde meine Entscheidung nicht verändern. Ich gehe fort. Ich kann und will nicht mehr. In dieser Nacht stand der erhabene Buddha auf, sattelte sein Pferd. Mit seinem Bodyguard Channo zog er hinaus, verließ den Palast und wollte in der Loslösung im Dschungel die Vereinigung mit dem Gott in sich finden. Viele Male kasteite er sich. Er saß unter einem Baum, sagte, »Jetzt lasse ich los!« Plötzlich erschienen zwanzig nackte Frauen vor ihm, eine schöner als die andere. In seinem Geiste, der widerstrebte, die Versuchung war da. Sie reckten ihm ihre üppigen Hinterteile hin und sagten, »Hier, Schlecke, erhabene, Schlecke, es gehört dir!« und sein Glied versteifte sich. Er beobachtete die Versteifung, die Erektion. Gab ihr nicht nach? Erlaubte dem Samen nicht zu entfließen? Was geschah? Das Glied erschlaffte wieder, seine Sexualkraft stieg nach oben und zum ersten Mal bemerkte er, »Oh, wenn ich nicht mich dem Verlangen ergebe, verbleibt die Energie, steigt in mir hoch und öffnet höhere Energiezentren, Fenster zu Gott!« Das war der erste Schritt. Von da an bewillkommnete er fast das Erscheinen der nackten Frauen und sie erschien und er sagt, »Kommt nur, kommt nur, kommt nur! Seht mein Glied, wie es ersteift und seht, wie es erschlafft! Ich lasse die Energie steigen!« Und dann verschwanden diese nackten Frauen. »Ach!« dachte er, »ich bin erlöst von diesem Verlangen!« Plötzlich war da ein Grollen, ein Donner, die Bäume erzitterten und vor ihm entstand eine Gestalt, wuchtig, groß, zwanzig Meter groß. Und sie sagte, »Ich bin Mara!« »Erhabener!« »Ich grüße dich!« Und Butter sagte, »Wer bist du?« »Ich bin der Herrscher dieser Welt?« sagt Mara. »Alles gehört mir!« »Wirklich?« sagt der Butter, »befiel diesen Berge, sich zu bewegen!« »Kein Problem!« sagte diese riesige Erscheinung. Einem Fingerzeig zum Himalaya bewegte sich die ganze Struktur nach links. Der Butter war beeindruckt. »Das ist Macht!« sagt er. »Aber du, Mara!« »Wenn du das ganze Universum beherrschst!« »Natürlich!« sagt Mara. »Willst du sehen, wie ich die Sonne ein Stück näher hole und den Mond ein Stück weiter tue?« »Bitte!« sagt der Butter, »mach das mal!« Und in der Tat! Mit einem Fingerzeig bewegte Mara die Sonne etwas näher, den Mond etwas weiter. Der Butter war beeindruckt. Und dennoch sagte, »Kannst du mich nicht dazu bringen, dass mein ersteiftes Glied wieder sich sexuell betätigt und Samen ablässt?« »Aber das will ich doch gar nicht«, sagt Mara. »Ich bin ein Überwinder wie du!« »Was glaubst du wohl, woher ich meine Macht habe, indem ich meinen Lüsten nachgebe?« »Das denkt der gewöhnliche Mensch vom Teufel!« »Ich entsage allem Fleischlichen!« »Ich sammle meine Energie an!« »Ich esse nicht mal Fleisch!« »Ich lebe von Wasser und ein paar Wurzeln!« »Ha, ha, ha, ha!« »Oh«, sagte der junge Butter, »du lebst ja wie ich!« »Wie du«, sagt Mara. »Darum hab ich die Macht.« »Sieh mal, Butter, Gottammer!« »Oh, du Erhabener!« »Dein Vater ist ein Kleinkönig.« »Immerhin«, herrscht er über ein »Ja, ziemlich großes Reich.« »Aber er ist ein Kleinkönig.« »Und du wärst sein Nachfolger geworden und wärst genauso machtvoll wie er.« »Ja?« »Ja!« »Pass mal auf«, sagt Mara. »Hier ist dein Vater.« Mit einem Fingerzeig wie eine Puppe stellt er den Vater von Butter vor dem Butter. Und der Vater sagt, »Butter! Mein Sohn, Gautammer!« »Komm doch zurück nach Hause! Ich weiß nicht, was mich hierher brachte. Ich danke jedem, der mich hierher brachte. Komm doch zurück! Deine Frau wartet, dein Kind wartet, und wir warten! Du sollst das Königreich übernehmen!« Und hinter ihm, zwanzig Meter groß, lächelt Mara. »Sag, siehst du, wie machtvoll ich bin!« »Ich nehme dir wieder weg, den Vater, denn der kann dich nicht überreden!« »Das weiß ich, Herr Habener!« »Du bist gottgleich!« Und er nimmt den Vater beim Schopf und tut ihn wieder zurück in sein Königreich, wie man eine Schachfigur von einem Ort zum anderen nimmt. »Nun«, sagt Mara, »wollen wir zwei, du und ich, zusammenarbeiten!« »In welcher Weise?«, sagt Butter. »Na, sagt er, wir zwei herrschen über die Welt!« »Ha, ha, ha, ha!« Und Butter sagt, »Na, ja!« »Du herrschst doch eh schon!« »Dir gehört doch alles!« »Nur, ich könnte Assistenz gebrauchen,« sagt Mara. »Meine Unterdämonen langweilen nicht!« »Aber du, du, du Überwinder!« »Mit dir könnte ich die Paralleluniversen und die Arrupa-Ebenen beherrschen!« Damit meinte er die Formlosen, denn da hat Mara nicht ganz seinen Einfluss. Da merkte der Butter, worauf Mara aus war. Er wollte ihn fesseln mit Banden. Von diesen Banden wollte sich der Butter lösen, denn Butter wusste, »Alles, was mich an die sichtbare und unsichtbare Welt fesselt, ist eine Bande, ist ein Halt, ist eine Fessel!« »Ich will mich lösen von allem Vergänglichen!« Da sagte er zu Mara. »Mara?« »Ja, Herr Habener, frage mich!« »Mara, du beherrschst doch das Universum!« »Ja!« »Seit wann?« »Seit etwa 155 Billionen Jahre.« »Hm, was meinst du damit?« »Nun ja, Herr Habener, die Lebenszeit eines Universums ist 311 Billionen 40 Milliarden Jahre.« »Und dann, Mara?« »Nö, dann, ähm, also, äh, also, ja, dann verschwindet es wieder.« »Wie bitte?« »Ja.« »Und dann?« »No, dann erscheint es wieder.« »Und ich herrsche wieder.« »Was herrschst du denn, Mara?« »Sag es mir!« »Du hast mir deine Schwäche offenbart!« »Du kannst nicht einmal verhindern, »Du kannst nicht einmal verhindern, dass dein Herrschaftsbereich, dass dein Reich entsteht und vergeht.« »Ich denke, du bist ein Herrscher.« »In Wirklichkeit, Mara, du Böser, bist du doch nur auch ein Entsteher und Vergeher.« »Du entstehst, wenn es entsteht.« »Gut, dann herrschst du.« »Und wessen Kraft bist du dann unterlegen, wenn es wieder vergeht?« »Nein«, sagt Mara, »sprich nicht so, sprich nicht so, Erhabene.« »Doch, doch, so muss ich sprechen, Mara.« »Ich teste gerade deine wirkliche Macht.« »Was meinst du mit wirklicher Macht?« »Ich habe alle Macht, auf Erden und im Himmel.« »Hölle, Erde und Himmel unterstehen mir.« »Ich bin Mara, der Allmächtige.« »Wenn du Allmächtig wirst, lieber Mara, lieber Böser Mara,« »dann könntest du das Entstehen und Vergehen verhindern.« »Dann könntest du das Entstehen und Vergehen verhindern.« »Worüber man Macht hat, darüber hat man Macht.« »Sprich nicht so, Erhabener, sprich nicht so. »Doch, doch, doch, so spreche ich.« »Du hast doch keine Macht.« »Du bist doch nur ein Entstehendes und Vergehendes Etwas.« »Nein!« »Nein?« »Widersprich mir doch.« »Entstehst du, wenn das Universum entsteht?« »Ja!« »Vergehst du, wenn das Universum vergeht?« »Da liest Mara einen fürchterlichen Schrei aus. « »Ja, ja, schimpf nur, Mara.« »Siehst du, heute hast du etwas gelernt.« »Ich bin mächtiger als du.« »Ich verhindere nämlich das Entstehen und Vergehen des Universums.« »Kannst du doch gar nicht!« »Es entsteht doch und vergeht doch!« »Nicht mit mir!« »Du aber, Mara, wirst mit ihm immer wieder hinausgeworfen, herrscht und wirst wieder reingezogen.« »Wer ist denn da ein Herrscher?« »Du bist doch ein Unterherrscher!« »Sprich nicht so, Erhabener!« »Sprich nicht so!« »Hör nur zu, Mara, bleib hier, bleib hier!« »Deine 20 Meter Größe imponieren mir nicht.« »Sieh mal, Mara, ich bin auf dem Wege dahin, mich von allem Vergänglichen zu erlösen, zu lösen.« »Das heißt, jetzt kommt der Unterschied zwischen dir und mir.« »Wenn das Universum entsteht, entstehst du wieder, ich nicht.« »Ich ruhe im Urgrund, und du kannst nicht im Urgrund ruhen, denn du bist die Totalsumme alles Verlangens auf Erden, in der Hölle und im Himmel.« »Kannst du meinen Pfad gehen?« »Dazu müsstest du dein Verlangen überwinden, die ganze Welt zu beherrschen.« »Was siehst du?« »Und das will ich.« »Ich will nicht mehr in diese vergängliche und leidvolle Welt wiederkehren, wo die Formen ständig entstehen und vergehen, wo Leben tot bedeutet, wo man von Geburt an bereits stirbt.« »Schon die Geburt ist ein Sterbevorgang. Du selbst, Mara, bist doch unter diesem Gesetz. Du bist unbefriedigend. Du bist meiner nicht angemessen. Bitte entferne dich.« »Du bist du, Mara, bist du.« Kotama sagte, »Du bist du.«